Hallo liebe Freunde des gepflegten Weihnachtsspaßes und willkommen zum dritten Kalendertürchen meines Giveaway Adventskalenders hier auf meinem YouTube Kanal. Wenn ihr noch gar nicht wisst worum es geht, schaut mal rechts oben in die Infokarte. Dort verlinke ich euch das Ankündigungsvideo mit allen Infos rund um diesen Adventskalender. Heute gibt es als Giveaway einen Steam Code für das Spiel Dorfromantik, gesponsert von Tucana Interactive. Der Publisher und auch der Entwickler dieser wunderbaren Spieleperle muss man sagen. Das Spiel haben wir ja auch bereits im Livestream gespielt. Wie immer der Link zum Giveaway findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Ihr werdet weitergeleitet zu Geed einfach dann dort mit eurem Twitch oder zum Beispiel eurem YouTube Account verbinden und dann könnt ihr dort am Giveaway teilnehmen und eure Lose in den Lostopf werfen. Denkt dran, das Giveaway läuft immer nur bis 23.59 Uhr. Morgen gibt es dann das nächste Giveaway. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ich bin Veranstalter dieses Giveaways und nicht YouTube. Alle weiteren rechtlichen Sachen findet ihr unten auch in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch viel Glück, teilt gerne das Video an andere, damit sie auch mitmachen können und wir sehen uns dann morgen zum vierten Türchen. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oherr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017